Wo bin ich hier? Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Spiel. Moment, ich finde es gerade sehr laut. So, ein bisschen leiser gemacht. Das ist Game Royale 3. Es ist irgendwie wieder was von Neo Magazin Royale mit Jan Böhmermann, wie man hier so sieht. Ich habe noch nie Game Royale gespielt und da dachte ich mir einfach mal aus, scheiß ich. Ich probiere das einfach mal aus, weil das gestern gepostet hat. Einfach mal so. Ich gucke das mir einfach mal an, weil ich das in letzter Zeit so oft sehe. Ich bin hier so, hier, Neo Magazin Royale und da die mir gucke ich einfach mal rein. Ich spiele das mit Controller. Man kann das mit Controller im Browser spielen. Ist ein Browser Game, ja. Kostet nichts. Ah, Fernsehen. Das Internet der 60er Jahre. Oh, wie meinst du Männchen geben? Hoppla. Ah, ich darf da nicht raus, oder? Also, es ist ein... Hoppla, ich bin ein Böhmermann und ich, äh, muss springen. Jump and run. Oh, wie soll ich denn... Ich nehme Schaden, wenn ich aus dem Kreis raus bin. Ja, moin. Nicht heute, Satan. Satan. Ja, moin. Äh. Miefi. Ich will mich öfter als Klaus Strunz. Au. Oh yeah, Zwangsgewühle. Zwangsgewühle, nein. Was für ein schönes Geräusch, wenn die Gebührenkasse klingelt. Anspielung auf ihr. GZ-Gedöns, ey. Frech. Alter, Jan. Bewegt dich. Au. Au. Oh, ich bin tot. Ach so, ich muss den Rundfunkbeitrag einsammeln. Ja, moin. Bin ich Big Bang Theory, oder was? GEZ ist die Antwort auf Success. Ja, ich muss im Grunde kein GEZ selber bezahlen. Oder bin befreit, irgendwie sowas. Ich gucke aber auch kein Fernsehen. Ich sehe mir nur den Kram hier auf YouTube an. Ja gut, ne? Im Grunde dasselbe. So, so. Heute schon geht's halt. Ja. Alter, es ist ja... Nicht heute, Satan. Da läuft ein Timer, ne? Ach, das ist Bestzeit an so einem Scheiß, ey. Ein GEZ. Alter, er wird sein Scheiß-Wort spielen, Alter. Alter. Böhmermann, beweg dich. Unbedingt ungekühlt genießen. Mifi. Pipi, 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 Pipi. Ist mir als nichts von Storch heute Kamerakind, oder was? Au. Au, au, ey. Hier, die meinte Männchen. Oh mein Gott. Uh, ja, moin, ey. Toll. Ist schon witzig für ein Browser-Game, ey. Geh, nicht ran. Alter, ja, wollt ihr mich verarschen? Ich komm da nicht hoch. Na doch, jetzt. Nein. Aber Welke, bist du es? Geh, ich komm da nicht. Hey. Ja, moin. Hab ich eigentlich noch andere Tasten? Nö. Ich kann laufen und schmink. Die Fehlerin macht es erst so richtig lecker. G-E-Z ist die Antwort auf den Erfolg. Nein, Mann. Toll. Ein G-E-Z. Oh, nee. Die greifen mich an. Alter, alter, alter. Ich bin jetzt hier. Komizistensohn, alter, oder was hier? Hier, moin. Gottlike im Spotlight, alter. Ah, das steht auf der Seite. Es gibt 14 Level. Was ist das? Quotenkult auf, äh... Sulawesi? Was? Ich sage mir nichts. Kann ich da rein? Achso. Ich verdrehe mal die Tasten. Ja, 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 ja. Es riecht nach werberelevanter Zielgruppe. Oh, nee. Also ducken oder sowas kann ich mich auch nicht. Ich kann mich nur halt... bewegen. Abstürzen. Und, äh, schießen. Hat mir das ja auch geklappt? Ja. Aua! Das war mein großer Onkel. Ich habe ein Leben. Ich habe er öfter als Klaus Strons. Achso, der Leben, das Leben, ja, genau. Aber jetzt nicht unbedingt ein Leben und, äh, hauptsum Tod, keine Ahnung. Und ich kann so ein bisschen... Auf einem Elektroroller wäre das jetzt nicht passiert. Schweden. Oh. Boah. Hat der Ralf Geburtstag? Das wäre vielleicht jetzt der passende Moment, um dir zu sagen, dass ich die Glasknochenkrankheit habe. Achso. Nur echt mit Salami-Kondom. Ja. Bifi, bifi, kennt man ja. Äh. Das ist hier wie ein Einzelmännchen hier, ey. Übel. Yo, moin. Wo geht's denn hier lang, ey? Was wollt ihr? Ey. Wie ein Böhm, 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 Rang, kommt der immer wieder bei mir an. Oh shit, wo soll's denn lang gehen? Ach was, ich krieg eine neue Waffe. Nur echt mit Salami-Kondom. Der Boomerang, Alter. Und Hedris Block. Da, nein, äh. Ey. Hepp. Wuhu. Unbedingt ungekühlt, geniessen. Knuspriger als die Polizei erlaubt. De britteux, ey. Zini, du alte haubitze. Wie läuft die fickerei? Ouh. He. Ach, Zini. Ja, nee, eskla. Ha, 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 ha. 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 Ei, der Dauz. Keine Tierquälerei macht es erst so richtig lecker. He, he. Das ist schon witzig. Oh. Toll. Au. Au, ah, uh. Ja, genau. Pouch. Alter, alter. Pouch. Zum Glück ist das da oben kein Timer für, äh, wie viel Zeit mir noch verbleibt, ey. Löffel geht weiter. Donnerschlag im Teletext. Jawohl. Jetzt bin ich hier nicht begrenzt, okay? Ist hier der Endboss? Du steckst immer noch im Tutorial fest. Ich hab das deutsche Fernsehen durchgespielt. Ein Leben lang im Fernsehen gearbeitet. Kein Wunder, dass du hier der Antagonist bist. Ich prügel dich aus deiner Hipster-Nische, bis du nur noch Stern-TV moderieren kannst. Oh, soll ich jetzt Angst haben, Frankelstein? Jetzt hier Endboss. Oh Gott. Was passiert? Oh Gott. Was passiert? Ich soll die Zielscheiben abschießen? Alles klar. Ist ja nicht so schwer. Werden das? Werden was? Ich habe da noch einen Platz in meiner Moderatoren-Schule, Frau. Er, nee, er greift an. Mit seinen Fragezeichen. Oh mein Gott. Ich kann da nur rüberspringen, okay. Uh, uh, uh. Ich kann nicht ausweichen. Ja, nicht wirklich. Du wirst so ausgebrannt. Lass das mal den Papa Elster. Alter, 5.000 Angriffe hier hoch. Haben Sie denn auch ein Beef für mich? Ja, nee, ich komme da nicht hoch. Oh, fuck. Was passiert hier? Lerne erst mal richtig moderieren, du Spannklauen. Mit dem zweiten spielt man besser. Du, du, haben Sie denn auch mal ein Beef für mich? Ja, und wir sehen... Äh, äh, äh. Och, Mann. Och, Mann. Ich kann da nicht mal... Ich muss da drüber... Ja, ich bin tot. Geil. 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 Mit dem zweiten spielt man besser. Du wirkst so ausgebrannt. Lass das mal den Papa Elster machen. Eine Showschlampe wie du kann mir gar nichts. Meine Haare sind grau, weil ich alt bin. Was ist denn deine Erklärung? Vorsicht, ich werfe mit Grimme Preisen. Das habe ich vor Ewigkeiten mal ein bisschen gesehen, aber nie wirklich verfolgt, Alter. Jetzt kommt der hier. Alter. Ich lasse dich nicht aus dem Auge. Haben Sie denn auch ein Beef für mich? Haben Sie denn auch ein Beef für mich? Haben Sie denn auch ein Beef für mich? Ich komme schon, er ist gleich da und er ist gleich da und wenn ich jetzt keinen Fehler mache, ey. Komm, ich weiß, dass ich hier rüberspringen muss. So, ich darf da nicht reinfliegen. So, hoppla, alles wird gut. Oh Gott. Na komm, na komm. Zini. Zini in the bottle. Deine Schläge sind ja noch mieser als deine Quote. Komm schon, ein Schaden kann ich mir noch. Geil. Nimm es nicht so schwer. Du hast doch schon so viele Showflops durchlebt. Verlieren ist dir doch eh nicht neu. Das duftet. Oh, geil. Ach, hier geht's raus. Hat ja auch nur Ewigkeiten gedauert jetzt. Nee, hangel. � 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 러 Rept. Tja.